Das böse Auge von Stuttgart. Neues Fernrohr zieht Spanner an. Stuttgart, öffentliche Fernrohre stehen eigentlich nur an den schönsten Aussichtspunkten im Ländle. Stuttgarter Fernsehturm, Burgruhenzollern oder Schau ins Land. Aber was sucht dieses Teleskop mitten in einem Stuttgarter Wohngebiet? Das böse Auge von Sielenbuch, es zieht Spanner an. Stadtmitarbeiter haben es gerade am neu gestalteten Johann Heinrich Strauß Platz installiert. Gesamtkosten 35.000 Euro. Der Haken rund ums Rohr gibt's fast nur Wohngebäude zu sehen. Hinter Gardinen huschen die Menschen in Deckung, haben Angst vor den neugierigen Blicken aus dem Teleskop. Anwohnerin Rachel Hennemann 37, ständig sehe ich Leute am Rohr, die in Richtung Häuser blicken. Meine Fenster sind zum Glück hinter Büschen. Vizegartenamt Chef Hagen Dilling 45 begründet das Fernrohr so, Der Platz ist nach dem ehemaligen Ortsvorsteher benannt, der Windsor war. Um das zu würdigen, kann man mit dem Rohr auf die Weinbaugebiete am Roten Berg und in Ulbach blicken. Problem dieses Motiv kann man nur teilweise sehen, weil es größtenteils von Dächern und Bäumen verdeckt ist. Dilling will das Spannen jetzt unterbinden, indem er das Teleskop in Richtung Weinberge fixieren lässt, damit niemand die Sorge haben muss, dass man bei ihm reinguckt. CDU-Stadtrat Dr. Karl-Christian Vetter 52 wettert. So ein Fernrohr gehört dorthin, wo es viele Attraktionen zu bestaunen gibt, und nicht die Privatsphäre von Anwohnern. So ein Fernrohr gehört dorthin, wo es viele Attraktionen zu bestaunen gibt, und nicht die einfach über die T